Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die Strompreise steigen und steigen. Wir haben diese 70 SMD Gucin LED Spot 230 V von CMLi bei Beckel. Hier bestellt. Sollen in der Küche dienen zum Ersatz von 6 Halogenstrahlern. Wir haben noch etwas stärkere LED dazu genommen. Nun passt es perfekt in unserer Küche. Die Farbtemperatur ist mit 3000 K warmweiß einen Tick anders als bei den Halogenstrahlern, kommt dem aber schon sehr gut nahe. Wir sind zufrieden. Wir hoffen bei den Kosten, dass die Leuchten auch entsprechend lange halten. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.